So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück bei Amnesia in der windschiefen Hütte von Mama Schreck. Hm, na Kevin? Ich? Was? Wie? Irgendwie was ist das? Hä? Kevin? Machst du diese komischen Geräusche? Okay, ähm, da war grad was Bild. A strong out of wine is coming from behind the shelf. Ah, okay, ich glaub das ist ein geheimnis Ding. Ähm, wieso ich die ganze Zeit jetzt nicht aufnehmen konnte, ist einfach, oh nice move, ähm, lag einfach daran, dass diese, diese unendliche Hitze, die in meinem Zimmer ist, ihr müsst wissen, ich bin im zweiten Stock, kriegt perfekt die Sonne bei mir rein, oh hallöchen. Macht aber hier wieder einen ganz schönen Radau. Und es ist in meinem Zimmer so unendlich heiß, es ist unglaublich, ich würd's ohne Ventilator nicht überleben. Und, den hört man beim Aufnehmen und das ist nicht wirklich angenehm oder schön, wer, wer, immer, welcher Idiot dieses Haus so gebaut hat. Wow, es ist echt retardet. Mann, im Ernst. Gell? Oder bist du der, du bist der Baumeister. Du bist Bob, der Baumeister. So, machen wir erstmal die Tür frei, das war glaub ich die Tür, wo wir nicht vorbei konnten. Ah, was stellt denn hier so doof Kisten hin? So, ist da. Oh, hallo! Oh mein Gott, ich bin wieder im Fernsehen. Weißt du was? Das vorhin, das war nicht Kevin, das war ich. Ha, ha, ha. Cool story. Ähm, was haben wir denn hier? Oh, choik. Jam, jam, jam. Oh. Oh, oh. Ich lese. Also, dear servants, please remember to always close the secret passage. Don't forget to activate the passage by the lever. Underneath the, was? Ta-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Underneath? Retarded. Ganz ehrlich. Ähm. Ich hör monster. Ich lese. Ich glaube es ist weg Oder? Ich weiß es nicht Kannst du noch mal ein Geräusch machen? Hallo? Hallo? Mr. Monster? Da war ich noch nicht drin Hallo? Okay Da wird man sicher Und ohne irgendwelchen Vorkommnissen Hey! Der Fensterwischer Fensterputzer Du machst das falsch rum Jeben das seine Du musst schon selber wissen Wie du deine Fenster hier putzen willst Wann ne? Keine Ahnung Was für das Haselfürgeräusche machen Und du solltest du wissen Das ist eine ziemlich komische Couch Whatever Hallo? Benny Scherisch Oh hier sind ganz schön viele Weinfässer Wein Ist doch bestimmt da hinten was Oder auch nicht Ähm Hier Irgendwas Irgendwie Wie sieht's denn eigentlich aus Mit dem Öl Kunterbunt Kunterbunt Mit unserem Öl Ähm Oh no No more dead bodies I'm the only one left I can see a key in his hand Er hat einen Schlüssel in der Hand Ist der der Schlüsselmeister? Ähm Der Stuhl Der scheint dich ziemlich zu mögen Ähm Ich kenn dieses Du magst Ratten oder? Ja Ich glaub schon Ich geb dir diesen Bein Diesen Bein Mhm Dieses Bein Und ich nehm mir den Schlüssel Okay Du Oh Not again Not here What does this creature want from me? Okay Wir machen das so Ich trink ein bisschen Wein Wir vergessen die Sache Und Peace auf Erden Okay Das klingt nach nem guten Deal Oder? Ich glaub hier kommt er sowieso nicht hin Ne Er scheint nicht so Äh Ich seh ihn gar nicht Mondstar Kro Kro Der ist ja gleich mal hier Ah doch da hinten Oh Crap Hab ich gesehen? Hi Ich seh dich durch den Weinen Okay An dem muss ich jetzt vorbei Sehe ich das richtig? Mhm Okay Dann warten wir nochmal bis er kommt Wenn ich wirklich an ihm vorbei muss Also Das ist das Ah er ist noch da Stöhnt da rum Wenn er die Kisten fallen hört Findet er geil Okay Oh hi Wer hört sich an wie der alte Schaukelstufe meiner Oma? Ganz ehrlich Soll ich dich mal schmieren und ölen Wo ist er denn jetzt? Ah der ist hinten Oh bitte sag mir Oh Crap Wir haben ein Problem Kommt der? Oh bitte nicht Oh oh Kann ich da jetzt vorbei? Ich weiß es nicht Hallo? Ich geh einfach mal hier hin okay? Hier sieht's gemütlich aus Sehr gemütlich Naja Eigentlich gar nicht mal so gemütlich Hallo Ne Psch Jetzt nicht Pflanze Ja Mir wird das zu tun Ist er weg? Ich glaube er ist weg Oder? Bist du weg? Ich glaube er ist weg Schuh Ha Da hat er wohl keine Lust mehr Hat die Pflanze ihn vertrieben Oh Das sollte man auch mal Machen So Hier ist noch ein bisschen Zeug Große Tür Und hier geht's Runter Wasser Kann man hier was machen Ist das Wasser? Ist es glaube ich gar kein Wasser Close It has to be opened somewhere else Da will ich jetzt unbedingt noch nicht rein The ladder is broken I need to find a way to get up Was auch immer du bist Ich glaube ich muss klettern So Und so viel Zeug Gibt es hier doch gar nicht Gar nicht hier hoch Ui Huu Aha Ich sehe schon Ich sehe schon was Was hier Ja Ja Ich will erstmal das Licht anmachen Checker Schön So Jetzt brauche ich kein Öl verschwenden Okay Vielleicht brauche ich doch ein bisschen Öl Damit ich sehe wo ich nicht gehe Kann ich da nicht hinspringen irgendwie Oder brauche ich dafür wirklich eine Leiter Aber das kommt mir irgendwie zu Ah ich sehe schon Ich muss Ja nein Er ist nicht Er ist nicht Oder so Aber ich muss den Retarded physics anlauf nehmen Um da hoch zu kommen Au Da sterbe ich noch Au Wie gesagt Nein Oh ich darf nicht Zwei Ah Kind Stell dich nicht so an Ist nur ein Hallo Ui hallo Das mit dem hello meinte ich nicht unbedingt so Was haben wir denn hier Oh gut Oh hi Wieso muss ich immer Auf deine Genitalien schauen Wisst ihr wieso Habe ich irgendwie Bin ich irgendwie ein Genital fetischist Oder so ein Zeug Tut mir leid Ich bin selber ein bisschen Männlich Und Ich schaue Ich schaue da jetzt nicht so gerne hin Ich habe ein bisschen andere Ich ziehe was anderes vor Als Komische längliche Stöcke Die Was weiß ich Oh man Hör auf damit Das ist ja schrecklich Hier noch irgendwas Was nicht unbedingt länglich ist Und Ein Mann besitzt Jetzt dachte ich Ich muss schon wieder zu dir hinschauen Man Zu viel perverse Kacke hier Meine Güte Und wie komme ich da lebendig wieder runter Spring Au Alles gut Was ist ja denn eigentlich It's impossible Move A bit Hi Du bist Dings Ich kenn dich aus Hey Du bist nicht der einzige Oh mein Güte Ich habe schon wieder was so dämliches im Kopf Ah meine Laterne geht wieder Schön Kann ich Messer benutzen um Schneide 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 The Lord's Key This key belongs to Lord's Dedham I need to find him And make sure he is safe Okay also da kann ich nicht lang Okay dann Gehen wir nach oben Muss ich jetzt wieder zurück Wohin Und muss ich denn jetzt Keine Ahnung Hm Der Glaube wird Mir den Weg weisen Oh Hi Ah ja ich kann ja hier lang Genau Ich vergaß Schon fast dachte ich Ich wäre verloren In diesem Schönen Haus Und Schwupp Ich bin Und raus hier Road to the mansion Hello Da bin ich wieder Kinder Was haben wir denn jetzt allgemein Lord's Key Was ist der Mansion Key Dagger Blade Meant Cutting and Skinning Ich habe Crowbar Das hat man doch für irgendeine Tür gebraucht Wenn ich mich nicht Täusche Oder Klapp schon Aber für welche Hör wo bin ich denn jetzt Das kenne ich gar nicht Ähm Hallo Hä Ah Natürlich Hier bin ich Äh Ich habe keine Ahnung wo ich lang muss Das ist jetzt schon ein bisschen her Ah ja genau hier Was war das Rust and Shut Nein Hier raus Keller Um ehrlich zu sein Habe ich irgendwie ein bisschen wenig Ahnung Wo ich lang muss Und was ich machen muss Ich bin ein bisschen verwirrt Ne 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 Wo waren diese Da war eine Tür Wo man einen Hammer braucht Und eine Tür Wo man Crowbar braucht Da bin ich mir Ziemlich sicher Aber wo waren das Ich habe keine Ahnung Das muss doch hier draußen gewesen sein Da war es aber nicht Hä Ich muss hier mal kurz überlegen Ne 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 Hier war das nicht Da war aber noch eine andere Tür Vielleicht kann man da irgendwas benutzen dafür Was war denn da drin Ich habe keine Ahnung Leute Ich habe Oh Gott Immer noch Nein 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 Was war denn das Factory Schauen wir mal rein So Hm Ja dann habe ich irgendwie Nicht so große Ahnung Wo ich hin muss Ich kann mich kaum mehr an Den Weg An irgendeinen Weg Richtig erinnern Was warst du denn Locked It looks like it hasn't been used for long Also bist du Das retarded Haus Das keiner braucht Einfach das nur zur Zierde Da steht Tut mir leid Hast einen scheiß Job Aber du siehst schön aus Du machst deinen Job Wenigstens richtig Im Vergleich Äh Zu diesem Zu diesem Messer Wo man keine Ahnung hat Was das macht Was war da denn Ähm Das war doch dieses Old Man's Haus Oder Was war da drin Ah Ah Kinders Könnt ihr nicht irgendwie So eine Wegbeschreibung Mal irgendwo hinpacken Wie geht es du denn auf So Puh Okay schauen wir nochmal da Warte mal Du Prison Door required Hm Scheint nicht zu klappen Na dann gucken wir mal Nach oben Da war mal auch schon Eine Zeit nicht mehr Nisch Oder Aber da waren Das war doch der Anfang Ne Ne Hier ist dieses Komische Geräusch Naja Ja Leute Ich hab ehrlich gesagt Keinen Plan Dann war es doch Muss man doch Da lang Äh da lang Meine ich Oh Gott Gott Oh Gott Oh Gott Gott Holy Macaroni Ich glaube ich hab einen Geistesblitz Oder Oder Oh da hinten ist die Party Bitte brauchen wir da das Crowbar Und nicht den Hammer Bitte 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 Ich will Party Komm mal da Ah Die machen schon Die machen Party Oh mein Gott Lass mich rennen 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 Nein Nein Oh Ich brauch einen Ausweis Aber du Aus Crowbar Oder Ich brauch nicht eure Party Ich geh zu der coolen Party Oh Er macht unser Gebäude kaputt Und das Schön viel Wasser Yay Was für ne Party Die ist ja richtig geflutet Mit Leuten Hehehe Komm Heißt das Wenn ich ins Wasser gehe Sterbe ich Wow Könnt ihr mal die Klappe halten Oh Hi 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 Hey Geile Hose Hehehe Dreh nicht den Rücken Zu mir schon besser Hä Was Au Wow Da got you gum Da got you gum Pippi Fax Oder so Hä Ach jetzt bin ich hier Und ich kann Ich will nicht ins Loch schauen Ich schau gerne in Löcher Aber nicht in das Hä Was Was denn Oh hi Jetzt machst du die Tour zu Und jetzt machst du sie kaputt Maybe I can do something with that burner Manual for heating explosive Ach Kimi Ich weiß schon wieso ich den Kack da abgelegt hab First things first Turn the burner on Max Second Put that chemistry part on top of the flame Throw a rock against the heated chemical mixture Last but not least Take cover The chemical chain reaction should take quite a punch Okay Haben wir irgendwas von dem Zeug? Nein Freundchen Wart mal wir reden Turn on burner Okay da steht nochmal das Was machst du? Hey Schnucki Nein Nein Ach wir können nicht Da ist ja eine Tür Wieso sollten wir dann Mir gefällt es aber trotzdem nicht Dass hier Oh crap Oh crap Nein Schlecht Ganz schlecht Ich Deny your existence Au Rüber Rüber Oh Was Hulop Halt die You're doing it wrong Bebe Du kommst hier nicht rüber oder? Würde ich mal für dich hoffen Das ist ein komischer Schrank Das ist ein komischer Schrank Aber voller Geheimnisse So und was machst du? Rata rata Spul Spul Rata rata Spul Spul Halt die Klappe Prison Prison Ah Den brauchen wir auch noch Was ist da denn? Nichts Okay Es leuchtet irgendwie Kommt Ähm Und wie komm ich jetzt bei dir vorbei Ja ich mein dich Ja toll Bild Ähm Ähm Ich weiß nicht so recht Ah Ups Arm Arm Brauch dich doch Aber doch mehr von dem Typen oder? Fuck Da Torso Magst du nicht? Torso Scheiße Da gab's noch mehr von dem Typen oder? Ja Beine Geh mal dir eine schöne Beinarbeit Also du bist nicht sehr Du bist also Vegetarier Fuck it Oh Merci dir Kommt Sehr gelegen Dankeschön Das da 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 Ähm Schauen wir uns mal um Das ist wahrscheinlich hier hoch Hier hoch Meine ich Oder? Die Musik spackt ein bisschen rum Von dem Monster Ähm Kann ich hier nicht irgendwie Oh Kann ich da nicht irgendwie hoch Oder so Kinders Das kann ich nicht einfach aufmachen Oder? Wie viele Wie viele sind denn da jetzt? Das hört sich an als wäre eine 8 Oder so Holy macaroni Jetzt geht er noch hoch Was ist denn da im Weg Oder was? Beruhig dich Ich komme ja schon Ich kann ja nicht Oh Gott Und ich muss Und ich muss Wieso Es ist weg Es ist weg Es ist weg Boom Okay Erst auf Max Dreh den Pass auf Max Okay Ähm Öl Chemistry Pot Und dann einen Stein dagegen Ich mach nur was sicher Oh Warte ich lauf Mh Dankeschön Du kannst aufhören zu wackeln Die Explosion ist vorbei Danke Perfekt Und was hat es mir alles jetzt gebracht? Ah Prison Docky Perfekt Wow Walkroach Cool story bro Ähm Wo muss ich denn jetzt hin? Ah genau Ich weiß wohin Ich weiß wohin Ich weiß wohin Ich weiß wohin Oder? Ja Ey Fräutchen Du kommst mit Schloss dich doch nicht schämten her Wisst ihr dieses Spiel Das Das stresst mich schon wieder so ein bisschen Irgendwie habe ich so das Gefühl Dass ich nicht mehr lange weiterspielen soll Oh Dankeschön Und Schuss Leckt mich Leute Wow Hier sieht es aber sehr sauber aus Ähm Sicher dass ich hier lau There must be some kind of switch Or some sort of opening mechanism around here Ha Dann tippe ich mal hier hinter oder? Wenn ihr schon Hot stuff macht Ohne mich Wo denn? Ich seh nicht Ha Irgendwo muss ein Hebel sein Ich hab gar ne Ahnung wo Hier? Nein Ah Hallo Scham Das sieht ja wieder wunderbar aus Wieder so ein richtiger Ort zum Spaß haben Ich weiß nicht was das Geräusch war aber Ich glaub dass wir gleich Besuch bekommen Deswegen mach ich schon mal so Das da Das da Das da Das da Das da Und lese diese Notiz My last breath To anyone Who will ever read this note I have had to stand a lot of things in my life But to suffer this much The days are going very slow Seconds feel like minutes Minutes like hours And hours like eternities I'm glad that old clock still works So I at least know whether it's morning or evening This monster This thing Who is doing this to me Has always wanted to have this castle This castle was built by my grandparents And I The only child in this family Should be the one to inherit this place I feel like these are my last days here I hear them coming I'd better hide this note Mitten auf dem Tisch Pling Keks Keks To whoever read this Be careful You will find yourself more safe inside the mansion Das wird mir jede Sekunde gesagt Langsam nervt Wie spät ist es denn Ist es denn Ui Also mit so einer Uhr Wo man so lustig rutschen kann Ui Hier ist wieder diese komische Spinne Die mich so richtig am Arsch lecken kann Weil sie übelst nervt Und ich will diese Tür nicht öffnen Hier geht aber ein bisschen viel Penetration Durch Wow Ihr seid doch alle krank Allesamt Ganz ehrlich Schwing Hammer Das gibt Party Oh Nein Mh 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 Lass mich den Hammer nehmen Oh fuck it Oh shit Wieso Pfff 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 Hättest mich auch vor deinem Penetrationsmeister warnen können Woah Hätt ich mir auch denken können Dass diese scheiße ein Puffer ist Ey Oh Leck mich doch Pfff Jetzt ist nochmal die Frage Warte mal Das war doch da vorne nicht da oder Diese fette Blutspur Da muss ich aber nicht langen Ich muss da langen Noch ein bisschen Öl So Oh Jetzt können wir endlich Party machen Kinders Und ich war mir so verdammt sicher Dass das scheiß Viech Wirklich drauf aus ist Mich zu töten Oh Party Jetzt habe ich glaube ich die Custom Story geschafft Jetzt gibt es Party Oh Party Oh mein Gott Die Party ist ja schon vorbei Die Orgie Was auch immer du bist Ich nehme diesen Schlüssel Mansion Key In Mansion bin ich sicher Hast du gesagt Das finde ich sehr nett von dir Dann begebe ich mich doch dahin Wo lang ging es da nochmal Ähm Da dann glaube ich Ich bin mir jetzt echt gar nicht genau sicher Wo lang ich muss Ich gehe Ah doch Ja Ich weiß wann Hier Hier Ja Ich komme Ey Also nein Ich komme nicht so Sondern ich komme Mansion Endlich Frieden Ich hoffe es Mansion Key Oh das sieht aber schön Ruhig aus Hallo Mansion Ähm Das sieht aber nicht sehr sicher aus Hi Kevin Kevin Hi Läuft's oder? Perfekt Und du bist Peter Fliegende Glühbirne You I never thought Ach der redet ja selber Aber ziemlich leise Ich weiß nicht ob ihr es hört Hört sich ziemlich nach dem Roboter an Okay also das Messer habe ich Was ist eine komische Kacke da ausschalten Ich spuck dagegen Funktioniert das nicht? Ich habe keine Erinnerung Oh ne da komme ich wohl nicht vorbei Must have a way to destroy this strange web I need a way to destroy this red webbing Ähm Ja Leute Ich glaube Eine halbe Stunde reicht Ich brauche eine Pause Ganz ehrlich Vor allem wird es jetzt hier drin Auch ganz schön heiß Wieder Ich weiß Wenn ich da zu lange in meinem Zimmer bin Da heize ich schon schön ein Ich könnte doch voll tricky hier rum gehen Hm Naja Also Leute Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Wenn wir Dieses Netz zerstören Bis dann Na Da 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 Untertitelung des ZDF, 2020